Hallo meine Lieben, die heutige Podcast-Folge gibt es auch als Video, das was du jetzt gerade siehst, als YouTube-Video. Und ja, du bist in einer neuen Folge von Deine Gesundheit machst du selbst. Mein Name ist Dr. Anette Jasper, ich bin ganzheitliche Zahnärztin und Ayurveda-Medizinerin. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um die Wechseljahre. Wechseljahre als Chance ansehen, um nicht nur gut durchzukommen, sondern nein, um danach einfach noch fitter, noch vitaler zu sein, um einfach zu erkennen, okay, das ist jetzt die Zeit, in der ich mich einfach nochmal neu und besser aufstellen kann. Das zeigt uns die Barbara. Die Barbara Birke beschäftigt sich mit den Wechseljahren und hilft Frauen dabei, das genau so zu sehen, wie ich es gerade erläutert habe. Und ich muss sagen, es ist ein so fantastisches Interview geworden, aus dem ich persönlich auch so viel für mich rausziehen kann, sodass ich davon überzeugt bin, dass es auch dir so gehen wird. Also ich wünsche dir viel Spaß und gute Erkenntnisse mit dieser Folge. Und meine Lieben, ich habe es euch angekündigt, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, die Barbara. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Freut mich auch. Ich war ja vor, ich glaube, das ist ein paar Monate her, Gast bei dir in deinem Podcast. Im Podcast Hallo Wechseljahre. Hallo Wechseljahre, ganz genau. Genau. Und damals habe ich über die Veränderungen in den Wechseljahren gesprochen, was Zähne, Mundschleimhaut, all sowas angeht. Ganz genau. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist sowieso so ein unfassbar spannendes und noch wichtiges Thema, dieses Thema Wechseljahre. Und ja, deswegen bist du heute hier bei uns. Das freut mich sehr. Danke. Und ich freue mich, dass du uns berichten kannst, wie wir am besten so durch diese Zeit durchgehen. Aber erst einmal, Barbara, wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit den Wechseljahren beschäftigst? Weil es gibt ja viele Frauen, die das so mich mit eingeschlossen, also jetzt nicht mehr, aber bis zu einem gewissen Grad so wie Wechseljahre, das betrifft nur die anderen, ich nicht. Ich bin ewig jung. Aber wie ist es bei dir dazu gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin schon lange, also ich arbeite schon lange mit Menschen insgesamt an ganzheitlichen, gesunden Gewohnheiten. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin, Mindfulness-Coach und habe einen ganzheitlichen Ansatz, wie Menschen sich für sich optimal fühlen und habe schon einen sehr langen Coaching-Business. Und ursprünglich war mein Ansatz, also ich habe damals in den USA gewohnt, als ich damit angefangen habe, da hieß das Healthy Habits for Busy People. Also es ging einfach darum, wie kannst du so einfach und effizient wie möglich gesunde Gewohnheiten aufbauen und in deinen Alltag integrieren und dich energiereich und gut fühlen. Und es ist einfach immer, und meine Themen eben Ernährung, Bewegung, Self-Care, Stressmanagement und solche Geschichten, die, da kümmerst du dich um deinen ganzen Körper und du unterstützt alle Systeme. Und es wurde immer klarer in meiner Arbeit, weil vor allem Frauen meine Klientinnen waren, wie sehr das die Hormone beeinflusst. Also als ich jünger war, hatte ich auch jüngere Klientinnen, aber da ging es dann halt viel um PMS und Zyklusgesundheit und Schwangerschaft unterstützen oder Fruchtbarkeit an sich. Und dieses Zusammenspiel auch mit der Schilddrüse und Stresshormonen und so weiter. Ich hatte das Glück, dass ich an der Westküste in den USA ganzheitliche Ernährung studiert habe. Und da ist sehr viel integrativ Fortbildungen über, wie hängt das alles zusammen, Darm und Hormone und Stress und Hormone und so weiter. Und das ist immer klarer geworden in meiner Arbeit, wie sehr das zusammenhängt. Und je älter meine Klientinnen wurden, desto mehr kamen eben diese Problemchen, die in der Perimenopause besonders auftreten, über die wir so wenig wissen und so wenig reden. Ich habe das in meinen Klientinnen gesehen und habe gesehen, wie sehr ich die unterstützen konnte mit Ernährung, mit Bewegung, mit Stressmanagement, wie wir den Schlaf unterstützen können. Und diese ganzen Themen kamen immer stärker zusammen. Und dann haben auch bei mir die Veränderungen angefangen und ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe jetzt angefangen, zum Beispiel, habe ich meine Hitzewallung bekommen. Und dann habe ich halt Detektiv gespielt und geschaut, wie kann ich das beeinflussen und habe dann sehr schnell die Zusammenhänge, weil ich die ja schon über Jahre gelernt habe, festgestellt. Und dann kamen immer mehr Fortbildungen, immer mehr Öffentlichkeit, auch endlich über die Wechseljahre. Und dann war mir ganz klar, ich möchte Frauen in dieser Perimenopause und dann in dieser Menopause, Postmenopause, in diesem Übergang begleiten und ihnen auf der einen Seite die Angst und die Unwissenheit nehmen und auf der anderen Seite einfach zeigen, wie du dich unterstützen kannst, dass du kraftvoll und ausgeglichen durch die Zeit kommst und dann auch in den Rest deines Lebens starten kannst. Weil dann geht es ja wirklich um Langlebigkeit, gesunde Langlebigkeit. Wie kann ich so lange wie möglich mich super fühlen? Und also dieser Übergang, der kam natürlich. Und jetzt bin ich mittendrin. Und natürlich auch selber mittendrin. Das hilft natürlich auch. Ja, Maita war jetzt schon so viel drin, was du gesagt hast, wo ich ein bisschen tiefer reingehen möchte. Natürlich erst einmal, klar, du wächst mit den Herausforderungen deiner Kunden. Und du kannst schlecht als 20-Jähriger, also finde ich, du kannst schlecht über Themen sprechen, die du so noch gar nie erlebt hast. Also oder anders gesagt, ja, man muss jetzt nicht alles erleben, aber ja, wenn du, du kannst dich besser hineinfinden und hineinfühlen. Ja, wenn du es erlebt hast sowieso, also deswegen, also du kannst, wenn du älter bist, kannst du da und das eine oder andere selbst schon an dir, an deinem Körper, an deinen Klientinnen, an deinen Kunden schon eben mitbekommen hast, miterlebt hast, kannst du da natürlich ganz anders anderen Frauen helfen. Ja, als eben, ich sage jetzt mal trotzdem als 20-Jähriger. Dann hast du ja nur so ein angelesenes Wissen. Das ist ja kein gelebtes Wissen. Ja. Genau. Was ist denn eigentlich so, wie soll ich sagen, was sind so die Hauptherausforderungen oder die Hauptprobleme der Frauen in den Wechseljahren? Weil das ist ja häufig so ein Tabuthema, ne? Also ich weiß noch, wie soll ich sagen, ja, wir werden über die Sexualität aufgeklärt, ja, meistens in der Schule, nee, in der Schule eigentlich auch nicht, aber so irgendwie in den Medien, ja, bei uns damals war das die, waren das Zeitschriften, heute ist es irgendwie... Die Frage und so. Genau, genau, ja, also wir sagen es zwar immer so, die Eltern, aber bis die Eltern soweit sind, sind die Kinder eigentlich schon längst wieder weiter, aber wer klärt uns denn über die Zeit der Wechseljahre auf? Also, wenn du das nicht machst... Gute Frage. Niemand so ungefähr, ne? Niemand, es ist jetzt ja, genau, es ist langsam so, dass ein bisschen mehr drüber geredet wird, ne? Man findet mal einen Zeitungsartikel oder mal eine Dokumentation, aber du hast recht, also eigentlich ist es ein Tabuthema und es war immer so, naja, da muss man durch. Genau, genau. Beim Mann sagt man eher dann so Midlife-Crisis, ne? Genau. Der hat ja auch seine Wechseljahre, aber da sieht es wahrscheinlich noch schlechter aus auf dem Gebiet der Aufklärung, ne? Weil dann sagt man, okay, May, der hat jetzt einfach seine Midlife-Crisis und die Frau, die hat halt mal ihre Wechseljahre und ist launisch oder wie auch immer. Aber nochmal zu meiner Frage, was ist eigentlich so oder was sind die ein, zwei, drei Hauptprobleme oder Herausforderungen, die die Frauen haben? Ja, gut, also oft fängt es an mit Schlaflosigkeit, Schlafproblemen. Das sind oft so die ersten Sachen, die man merkt. Man schläft nicht mehr so gut, man kann nicht mehr einschlafen oder man wacht häufig auf. Dann kommt so eine Energielosigkeit dazu und das dann auch gepaart mit Stimmungsschwankungen und vielleicht Brainfog, also dieses, du kannst dich nicht mehr so konzentrieren, du vergisst auf einmal Sachen. Und ein großes Ding, was immer wieder kommt und was Frauen in den Wahnsinn treibt, ist diese Gewichtszunahme, besonders am Bauch, die auf einmal losgeht. Du machst alles genau gleich, du isst genau gleich, du bewegst dich genau gleich und auf einmal nimmst du zu und vor allem am Bauch bekommst du so einen Fettring. Was auch häufig ist, also es ist eine lange Antwort, ich weiß, aber es gibt so viele Sachen und es ist so diffus. Also manche Frauen haben auch Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, so in die Richtung oder Allergien kommen öfter mal. Es ist öfter mal so ein schleichender Anfang, weil diese Perimenopause, dieser Übergang, der zieht sich ja über ein paar Jahre. Und das ist halt wirklich was, worüber wir viel zu wenig reden und viel zu wenig wissen, jetzt glücklicherweise mehr. Genau, das sind ein paar Jahre, es können zehn Jahre sein. Ja, es können zehn Jahre sein, ganz genau. Und was ich auch immer wichtig finde, ist auf der einen Seite hast du diese Symptome der Veränderung, aber was auch wichtig ist, ist, dass diese Hormonumstellung auf deine langfristige Gesundheit einen Einfluss hat. Also bestimmte Gesundheits- oder Risikofaktoren schießen nach oben mit der Menopause und in der postmenopausalen Zeit, weil eben diese Östrogen zum Beispiel und Progesteron haben viele protektive Aufgaben und die gehen dann zurück. Und dann haben wir einfach höhere Risikofaktoren für chronische Erkrankungen und solche Geschichten. Und wir gehen dann zum Arzt und plötzlich sind unsere Blutwerte nicht mehr so gut, wie sie immer waren, obwohl wir nichts verändert haben. Und solche Sachen, das hat alles mit diesen Hormonveränderungen zu tun. Und das ist so wichtig, dass die Frauen darüber Bescheid wissen und dann aktiv dagegen angehen können, einfach Prävention betreiben. Ja, man hat auch, ich denke mal, auf den ersten Blick nicht den Eindruck, dass die Dinge zusammengehören. Also gerade, wo du sagst, Unverträglichkeiten oder Allergien, die dann, ich will nicht gerne das Wort im Alter sagen, aber mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, also die dann einfach im Laufe des Lebens kommen können. Und deswegen, da denken wir ja nicht dran, oh, ich bemerke vielleicht schon seit einiger Zeit, mein Darm spinnt, ja, der, vielleicht habe ich irgendwie Blähungen, mein Stuhl verändert sich, darüber spricht man ja sowieso nicht. Und dann komme ich gar nicht so auf die Idee, Mensch, das könnte ja irgendwie, das könnte ja irgendwie zusammenhängen, genauso wie Schlafprobleme oder Gewichtszunahme. Magst du uns da mal mitnehmen, wieso hängen die Dinge doch eben zusammen? Das ist, der Körper ist ein komplexes System, alles spielt zusammen. Es ist eben nicht so, dass dein Darm irgendwas tut und isoliert da existiert, sondern ich meine, du sprichst ja auch viel über Darm. Darmgesundheit ist eine Grundlage und hängt mit allem Möglichen zusammen. Und deine Hormone genauso, die sind ja auch ein Ganzkörpersystem und Hormone sind wie ein Orchester. Es gibt viele verschiedene Hormone und die spielen alle zusammen. Und wenn da eins anfängt, aus der Balance zu geraten oder zwei, dann haut das alles andere auch durcheinander. Also das ist so, zum Beispiel, eins der Beispiele ist diese, wir fangen an zur Insulinresistenz zu neigen, wenn wir in die Wechseljahre kommen, weil die Sexualhormone und Blutzucker alles zusammenhängt. Und wenn diese Insulinresistenz eben oder einfach diese Insulinresistenz heißt, dass du nicht mehr so gut auf Insulin reagierst, und das ist ja das Hormon, was unsere Blutzuckerregulation verantwortet. Das heißt, wenn dein Blutzucker nach oben geht, wird Insulin ausgeschüttet und Blutzucker quasi in die Zellen geräumt. Und wenn deine Zellen nicht mehr so gut dem Insulin zuhören, dann wird immer mehr ausgeschüttet. Und das führt dann wieder zu Stress und haut wieder alles andere durcheinander. Und das liegt eben auch an dem Östrogen. Also wenn das Östrogen runtergeht, dann wird das Insulin weniger, wird man weniger empfindlich darauf. Also du hast quasi im ganzen Körper Rezeptoren für zum Beispiel Östrogen. Und wenn die nicht mehr bedient werden und nicht mehr so viel Östrogen da ist, dann kommt alles durcheinander. Genauso auch dein Darm. Dein Darm wird durch diese Hormonveränderungen negativ beeinflusst oder kann bei den meisten passieren. Es gibt zum Beispiel einen Bereich im Darm, das ist das Östrogolom, was verantwortlich ist für den Östrogenstoffwechsel und da eine entscheidende Rolle hat. Und wenn da diese Hormone nicht mehr in der gleichen Balance sind, wie die im Zyklus gehören, dann kommt auch das durcheinander. Dann verschiebt sich das Mikrobiom und das hat Auswirkungen auf alles. Dann gibt es diese Entzündlichkeit. Entzündlichkeit geht nach oben, diese chronischen Entzündungen. Das beeinflusst alles. Also das sind ganz komplexe Zusammenhänge. Es ist ein bisschen schwer, das einfach so in einem Satz darzustellen. Es gibt viele verschiedene Dinge, die aus der Balance geraten, weil eben alles so schön zusammenspielt. Und wenn wir also im Zyklus, wenn wir quasi noch im gesunden Zyklus sind, dann sind ja Östrogen, Progesteron in so einer schönen Balance und machen so einen monatlichen Tanz. Und in der Perimenopause ist das ein totales Chaos. Das ist halt auch super schwierig. Das ist dann nicht so, dass auf einmal alles runtergeht und dann ist vorbei und der Hahn wird zugedreht, sondern das sind eben diese bis zu zehn Jahre, über die wir gesprochen haben, wo diese Hormone quasi mal hoch, mal tief, mal in Balance, mal nicht in Balance sind. Und wenn eben zum Beispiel dieses Östrogen, Progesteron nicht in Balance ist, dann kommst du in diese relative Östrogendominanz. Das fühlt sich auch doof an und hat Auswirkungen auf deinen Lärm und so weiter. Also es ist ein Auf und Ab und dieses Hormonchaos ist sehr, sehr anstrengend für den Körper zu kompensieren. Und das führt zu diesen Symptomen eben, die wir haben, wie das und auf einmal kriegen wir, wie du gesagt hast, Blähungen und alles Mögliche zum Beispiel. Wir können nicht mehr schlafen und all das hat dann wieder Auswirkungen. Also es ist super komplex und ich sage immer, wenn du von deinen gesunden Gewohnheiten und von deinem Support einfach alles tust, um deine Systeme, wie zum Beispiel Darm, Blutzuckerregulation, Stressregulation, wenn du so viel du kannst tust, um das alles gesund zu halten, dann hat dein Körper eine bessere Kapazität, in dieser Perimenopause damit umzugehen. Wenn aber dein Darm sowieso schon löchrig oder entzündet oder sowas ist und du total gestresst bist und deine Blutzuckerregulation außer Rand und Band, wenn sich dann noch die Hormone verändern, dann bringt das einfach das Fass zum Überlaufen. Also es ist so ein, du kannst nicht vermeiden, dass die Hormone sich verändern werden, aber du kannst das System und die ganzen Systeme einfach gesund und kraftvoll halten, dass die besser kompensieren können. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, dann nehme ich doch einfach ein paar Hormone ein. So wurden ja Frauen sehr, sehr lange Zeit behandelt. Warum ist das nicht immer die beste Lösung? Also es ist unterschiedlich, das ist wirklich Frau zu Frau unterschiedlich. Für manche Frauen, also es gab ja lange eine Kontroverse um die Hormone, aber inzwischen diese bioidentischen Hormone, die man heutzutage benutzt, sind ja positiv einsetzbar und helfen sehr vielen Frauen tatsächlich auch. Für manche Frauen ist das keine Lösung, hilft nicht, wird nicht so gut vertragen und für manche Frauen mit zum Beispiel Brustkrebsgeschichte oder ähnliches kann man die ja auch nicht benutzen. Und egal, ob du jetzt Hormone nimmst oder nicht, es muss trotzdem das System das Ganze auch verarbeiten können und verstoffwechseln können. Also wenn du jetzt zum Beispiel in die Perimenopause kommst und dann nimmst du Hormone, kann das nicht so gut wirken, wenn dein Darm zum Beispiel nicht ordentlich funktioniert und das gar nicht verstoffwechseln kann. Oder wenn du es einnimmst, aber dein Blutzucker geht auf und ab wie wild, dann wirst du trotzdem Probleme bekommen. Also es ist ein Zusammenspiel. Für manche Frauen sind tatsächlich diese bioidentischen Hormone super hilfreich für viele und es gibt genau, es gibt auch viele, für die funktioniert es nicht. Also es ist ein Zusammenspiel von den ganzen Modalitäten, würde ich sagen. Ist das nicht so ein bisschen wie so ein Betrügen des Körpers? Der Körper produziert nicht nur so viel Östrogen und dann sagst du, okay, dann nehme ich das halt einfach ein. Musst du das dann bis an dein Lebensende nehmen oder wird das dann stückweise reduziert? Also das ist eine Konversation zwischen den Ärztinnen und den Frauen und das müssen natürlich, da musst du mit einer geschulten Ärztin dran arbeiten. Viele Frauen können das tatsächlich bis Lebensende nehmen oder langfristig nehmen und je nachdem, wo du bist in deinem Zyklus oder in deiner Perimenopause, Menopause, Postmenopause, Reise, wird das weniger über die Zeit, ja. Aber man kann die langfristig nehmen, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, das ist ein Arztthema. Ja, jetzt bist du ja dafür da, die Frauen in den Wechseljahren zu unterstützen und sie bestmöglichst da durchzubekommen quasi. Ja. Und da hast du ja ein spezielles Programm entwickelt, was ich super klasse finde und ich luge ja auch immer so auf Instagram so bei deinen Postings und hole mir da auch sehr gerne Anregungen. Und was sind so die wichtigen Dinge, die du den Frauen da mit auf den Weg gibst? Also was sollten wir tun, um unseren Körper, ja nicht nur den Körper, sondern auch Mind, da musst du gleich drauf kommen, aber was sollten wir tun, um ja nicht nur einfach da gut durchzugehen durch diese Wechseljahre, sondern ja einfach, dass wir einfach noch besser dastehen hinterher? Ja, das ist eine Chance in meinen Augen, wenn du in diese Phase kommst, der Perimenopause, Menopause, Postmenopause. Es ist eine Chance, dein Leben anzuschauen, zu beurteilen und zu schauen, wo bin ich, wo will ich hin? Weil viele von uns kommen in diese Phase und haben lange nicht so sehr auf sich selbst geschaut, haben sich um Karriere, Kind und Kegel und alles Mögliche gekümmert und sehr viel Energie ins Außen gegeben. Und jetzt kommen diese Veränderungen und du merkst, okay, es geht jetzt so nicht weiter, ich muss mal schauen, wie ich mich eigentlich fühle und wie ich auf mich schauen kann. Und wenn ich mit Frauen arbeite, sehe ich oft, dass die diese Chance ergreifen und dass die sagen, es ist ja öfter so, dass eine Krise quasi so ein bisschen ein Tritt in den Hintern ist, dass man mal schaut. Und dass man dann die Zügel in die Hand nimmt und sich ordentlich aufstellt, wie kann ich mich jetzt besser fühlen und für den Rest meines Lebens besser fühlen. Und wenn Frauen diese Chance ergreifen, kann das wirklich ganz wunderbar sein. Das fängt an mit auf sich selbst schauen, schauen, wo bin ich, was ist mir wichtig, wo will ich Energie reingeben und wo will ich keine Energie mehr reingeben? Wo fange ich vielleicht mal an, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und dann geht es natürlich in die Themen Ernährung. Da gibt es viele Themen, aber ich würde sagen, die großen Themen haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Auf der einen Seite bringe ich Frauen bei, wie man so sich ernährt, dass dein Blutzucker so stabil wie möglich über den Tag verteilt bleibt. Das hat unglaubliche Auswirkungen auf alles Mögliche von Wohlbefinden und Stimmung über Heißhunger und wie satt du eben über den Tag verteilt bist, wie viel du zwischendurch snackst und solche Geschichten bis zum Schlaf. Also wenn dein Blutzucker gut reguliert ist, kannst du viel besser schlafen. Und das heißt nicht, dass dein Blutzucker sich gar nicht bewegt über den Tag. Der bewegt sich immer auf und ab, wenn du isst oder Stress hast oder ähnliches. Aber wenn du so dich ernährst und so lebst, dass du den gut unterstützt, dann sind diese Spitzen nicht so extrem. Das Problem ist, wenn es extrem hoch geht, dann geht es extrem in den Keller. Das ist extremer Stress auf den Körper, was einfach das Ganze noch mehr durcheinander bringt. Also Blutzuckerregulation ist ein wichtiges Thema. Dann antientzündlich, antientzündliche Ernährung, antientzündliche Lebensweise. Weil diese chronischen Entzündungen, die wir oft im Körper haben, werden durch diese Hormonveränderungen angekurbelt, angefacht. Und da dagegen zu arbeiten, ist enorm wichtig für langfristige Gesundheit. Und auch so Sachen wie Gelenkschmerzen und solche Sachen. Und Darmgesundheit natürlich. Darmgesundheit ist ein Riesenthema. Und wenn man einfach schon mal anfängt, mehr Protein, mehr Farben und mehr Ballaststoffe zu essen und sich darauf zu konzentrieren, hat man in der Ernährung schon ganz, ganz viel gut gemacht. Und dann ist mein Riesen, Riesenherzensthema Muskelaufbau. Weil Muskulatur ist einfach Magic. Und wir verlieren Muskulatur. Ab 35 verlieren wir Muskulatur an relativ rapide. Und da müssen wir einfach dagegen arbeiten oder sogar aufbauen. Weil Muskel hat so viele positive Auswirkungen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Frauen, die Angst vor dem Muskelaufbau haben. Die sagen, oh nein, ich will jetzt nicht so ein Muskelprotz werden. Was kannst du uns dazu sagen? Das schaffen wir eh nicht. Also ehrlich gesagt, ich mache schon so viel Krafttraining. Und das dauert ewig, bis ich, also ich habe gute Muskulatur, aber Muskelprotz bin ich nicht. Und das sehe ich bei all meinen Frauen. Also Frauen, die so richtig tolle Muskulatur haben, die haben da sehr viel Arbeit reingesteckt und machen das schon sehr lang. Das schaffen wir rein hormonell nicht. Also das stimmt, das ist eine verbreitete Angst, weil wir sind halt so aufgewachsen, dass Frauen Cardio machen. Und es geht ja immer um so dünn wie möglich sein. Es geht ja ums Verschwinden. Aber es gibt so viele Themen, warum Muskulatur so wichtig ist und uns auch beweglich und gesund hält. Da redest du ja auch momentan viel drüber auf deinem Kanal. Wichtig. Das ist ein super wichtiges Thema. Und nein, die Arnold Schwarzenegger Muskeln kriegen wir nicht. Genau. Das ist schon mal schön, dass du das so gesagt hast. Schaffen wir eh nicht. Habe ich schon von einigen Trainern so gehört. Ja, und weil die verdrehen immer die Augen, wenn man so im Fitnessstudio sagt, naja, ich möchte schon so wohl geformt, aber ich möchte nicht so dicke Muskeln haben. Und dann sagen die dann, ja, das sagt ja jede Frau, aber echt, da müsstest du wirklich den ganzen Tag hier sein und trainieren. Aber das machst du ja nicht, ne? Nee. Und genau, also warum ist Muskulatur magic, wie du es gesagt hast? Also es gibt da viele, viele Themen. Mach dich auf eine lange Antwort gefasst. Sehr gut. Also erstens Stoffwechsel. Also Muskulatur ist aktives Gewebe und kurbelt deinen Stoffwechsel an. Und wenn du in die Perimenopause kommst und du fängst an, dieses Bauchfett zu bekommen und so, dann ist Muskulatur das beste Gegenmittel, weil dein Stoffwechsel aktiv wird und weil auch deine Blutzuckerregulation unterstützt wird. Das ist total krass. Man hat inzwischen festgestellt, dass aktiver Muskel Zucker einfach so aus deinem Kreislauf ziehen kann, ohne Insulin. Also das ist wirklich für unsere Blutzuckerregulation unglaublich wichtig und unglaublich hilfreich. Und wie ich vorher erklärt habe, ist das ja in den Wechseljahren ein schwierigeres Thema. Und diese Insulinresistenz hat ganz viel mit diesem Bauchfett zu tun. Also das ist alles ein entzündliches Stoffwechselproblem. Und da kann Muskulatur wirklich aktiv dagegen arbeiten. Dann dieses Energiethema haben wir ja auch angesprochen und das kennen bestimmt viele Frauen. Man fühlt sich nicht mehr so energiereich. Muskulatur, damit trainierst du deinen Energiestoffwechsel. Und die Mitochondrien, diese Power-Houses in deinen Zellen, werden trainiert durch Muskulatur, durch Muskeltraining. Stress ist ein Riesenthema. Wenn du zum Beispiel, also diese Stressreaktion, wenn du Muskeltraining machst, ist das ja ein Stress auf dem Körper. Aber es ist ein positiver Stress und es ist ein Stress, wo dann auch Hormone ausgeschüttet werden, die sofort das Cortisol zum Beispiel wieder runterbringen. Also dieses Human-Growth-Hormon und Testosteron zum Beispiel wird angekurbelt durch Muskelarbeit. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Hormon für Frauen. Man meint immer, das wäre das Männerhormon, aber das ist überhaupt nicht richtig. Das ist ganz wichtig für unsere Energie, Lust, alles Mögliche. Dann Stimmung, gesundes Gehirn. Es gibt sogenannte Myokine. Das sind Botenstoffe, die sind hormonähnlich. Die werden von aktivem Muskel ausgeschüttet. Da gibt es jetzt immer mehr Research drüber. Das ist total krass. Und diese Myokine haben positive, gesundheitlich positive Auswirkungen auf alle möglichen Organe. Auf dein Gehirn, auf deine Herzgesundheit. Da ist momentan, wir lernen da momentan immer mehr darüber. Aber diese Myokine sind total cool. Also die sind total gesund erhalten. Ja, ich lasse dich gleich weitersprechen. Aber da möchte ich einmal dazwischengrätschen. Weil ich hatte vor ein paar Jahren, ist es her, von dem Kollegen, also Arzt, Dr. Spitz, nicht Spitz bei Arzt, sondern Spitz, der so über das Vitamin D3 viel referiert. Ja, und der hatte mal auf dem Vortrag, das war ein Ärztekongress, hat er so schön diesen Spruch rausgelassen. Also wenn du im Alter noch einen Arsch hast, dann hast du auch noch genug Gehirnzellen. Also damit hat er eben gemeint, wenn du einfach deine, wenn du wirklich Muskulatur noch hast an den Beinen und am Popo, ja, und nicht alles einfach so schlaff hängen hast, dann, das ist ja genau dieses Feld, was du gerade gesagt hast. Und das sind so spannende Themen und Zusammenhänge, wo wir so wenig drüber wissen. Ja, da gibt es ganz viele Gründe, warum das so ist. Also Bewegung an sich hat enorme Gehirnbenefits. Ich meine, du hast ja auch viel Koordination und neuromuskuläre Ansteuerung und solche Geschichten, die quasi dein Gehirn fit halten und schulen. Also da ist ganz viel, warum das, aber es ist wirklich so, Bewegung macht ein gesundes Gehirn, Krafttraining, Muskelaufbau hilft, Hirn und Stimmung. Anderes wichtiges Thema ist Knochengesundheit für Frauen, über 40, das wissen wir ja. Knochen ist ein Thema, was uns Sorgen macht, Osteopenie, Osteoporose. Und mit Krafttraining kann man da dagegen arbeiten, weil die Muskelfasern setzen ja teilweise an Knochen an und die ziehen quasi in alle möglichen Richtungen, wenn der Muskel belastet wird. Und das stresst den Knochen und Stress ist ja was Positives, weil Stress heißt ja, dass dann was, dass diese Osteoblasten, also die Knochenzellen, die Knochen aufbauen, werden aktiv und machen den fester. Bei Knochen und bei Muskeln auch ist der Spruch, use it or lose it, tatsächlich richtig. Wenn das benutzt wird und belastet wird, dann wird das auch aufgebaut und gekräftigt und genauso ist es eben mit dem Knochen. Also Muskelbelastung an sich hat einen großen Knochen-Benefit und dann auch so Sachen wie Springen und so ist dann auch was, was ich zum Beispiel in meine Programme mit einbaue, um den Frauen tatsächlich diese Knochen-Benefits ganz klar zu machen und zu erklären, wie man das macht und wie das geht, dass man den Knochen so stresst, dass der sich aufbaut. Und da kommt natürlich auch Ernährung dann mit rein. Dann ein anderes Thema, was wichtig ist. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Also eine Box, die oft im Fitnessstudio steht, habe ich jetzt unten und springe öfter mal hoch und runter. Ach so, ein Stepper, sowas? Oder ein bisschen? Genau, genau. So ein bisschen höher als ein Stepper, aber ein Stepper ist schon super. Genau, dieses Hoch- und Runterspringen ist eine super Belastung für die Knochengesundheit. Ja, eben den Knochen zu aktivieren, das ist eben das ganz, ganz Wichtige. Da darf ich auch noch einwerfen jetzt, wir haben uns vorhin ja darüber unterhalten, ich habe ja ein neues Hüftgelenk bekommen. Ich spreche da ganz gerne drüber, weil so viele eben auch Angst davor haben und auch ich habe mich ein bisschen gedrückt. Und auch da ist es ja so, für diejenigen, die es vielleicht schon erlebt haben oder die vielleicht sich da Gedanken machen, wie wird das sein? Du wachst aus der Narkose auf und du wirst schon gleich eben auf deine Beine, auf deine Füße gestellt, um eben dem Knochen Reize zu setzen. Das ist nicht lange, das sind ein paar Minuten und dann zwei Stunden später wieder ein paar Minuten. Und einfach um diese Reize zu setzen, damit die Osteoblasten sagen, ah, alles klar, wir haben hier was zu tun, hier muss was einwachsen. Ganz genau, ganz genau. Spannend. Und das, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel über dein Hüftgelenk sprechen oder damit anfangen, das ist ja auch Bewegungsapparat, einfach die Unterstützung deiner Gelenke, deines Rückens, dass du aufrecht bist und nicht so hängst und so, das ist ja alles Muskulatur. Und wenn wir älter werden, was wir nun mal werden, das ist ja auch ein Privileg, dass wir älter werden, dann ist diese Muskulatur was, was uns aufrecht hält und auch schön geformt hält. Das ist ja wie so ein Figurformer, weil Fett ist ja wabbelig und wenn du Fett mit Muskulatur ersetzt, dann bist du straff und schön schlank. Also Muskel macht insofern auch schön und selbstbewusst und hält dich beweglich und aufrecht bis ins hohe Alter. Und du kannst eben so Sachen wie neues Hüftgelenk und so weiter viel besser kompensieren und dann gleich wieder auftrainieren, wenn du eine gewisse Grundmuskulatur hast. Und das finde ich super, wie du das auch momentan zum Thema machst, deine eigene Reise hier, weil das so inspirierend und so wichtig ist. Also ich habe früher ganz am Anfang meiner Karriere ein ambulantes Reha-Zentrum geleitet, wo wir genau solche Sachen gemacht haben. Menschen nach Operationen, Menschen nach Unfällen und so weiter wieder auftrainieren mit medizinischer Trainingstherapie. Und das ist unglaublich, was man damit machen kann. Du kannst Menschen, die wirklich Schmerzen haben, sich kaum bewegen können, kannst die mit den Muskeln eben wieder beweglich machen und aufrecht halten. Und das ist ja was, was wir im Alter brauchen. Wenn uns die Gelenke wehtun, tun die uns weniger weh, wenn die gut unterstützt sind mit Muskeln. Also diese Bewegungsapparat-Benefits darf man gar nicht ignorieren natürlich. Und dann auch den Beckenboden. Das ist auch so ein Riesenthema für uns Frauen. Das mit dem Beckenboden, das merken viele von uns, besonders wenn wir Kinder haben, aber auch so. Also zum Beispiel die Wechseljahre, die Hormonveränderung, Östrogen geht runter. Das hat auch Auswirkungen auf deine Blase, auf deinen Beckenboden. Und es fängt so an, dass du zum Beispiel beim Lachen und beim Niesen plötzlich nicht mehr so richtig halten kannst. Und dieses Thema ist ja auch ein Riesentabuthema. Da dürfen wir ja nicht drüber reden, so ungefähr. Und das haben viele von uns, dass da Probleme anfangen. Da kannst du auch mit Muskelaufbau dagegen arbeiten. Also Beckenboden ist komplex. Wenn es ganz, ganz schlimm ist, braucht man erstmal einen Beckenboden-Physiotherapeutin, um wirklich zu helfen, das wieder in Balance zu kriegen. Aber dann ist das auch Muskelaufbau. Wenn der Beckenboden kräftig ist, dann hält er dich von unten und hält alles zusammen. Also das ist auch ein Riesenthema. Und dann natürlich das Thema gesunde Langlebigkeit. Also es gibt Studien, es gibt immer mehr Studien, die zeigen, wenn Menschen... Also du kannst quasi eine Relation herstellen zwischen Muskelmasse und Muskelqualität und wie lange und gesund jemand leben wird. Das ist so spannend, ja. Die haben ja auch so viele Muskeln, weil sie so wichtig sind, oder? Total, total. Deshalb haben wir so viele. Wir haben so viele Muskeln nicht, um nur auf der Couch zu sitzen, sondern um die zu benutzen. Ganz genau. Genau, genau. Also jetzt hast du uns richtig Lust gemacht, unsere Muskeln zu trainieren. Aber wie mache ich das am besten? Jeden Tag oder einmal die Woche oder wie? Also Krafttraining, würde ich sagen, ideal sind dreimal die Woche ein ordentliches Trainingsprogramm haben. Also ich habe ja erwähnt, ich habe verschiedene Kurse, wo man Ernährung und Bewegung und alles Mögliche lernen kann. Aber der Kurs, wo es eben um Krafttraining geht, der heißt Kraft und Balance. Und da sprechen wir genau über das. Da gibt es drei Einheiten die Woche. Man kann mit zwei anfangen und dann langsam auf drei erhöhen. Und lernt eben wirklich Schritt für Schritt, wie trainiert man seine Muskulatur. Und das kann man auch von zu Hause machen. Das ist das Schöne. Viele Frauen haben dann ja auch Angst, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen und fühlen sich da einfach unwohl erst mal. Und man kann das tatsächlich von zu Hause anfangen. Man kann auch erst mal ohne Gewicht, mit Körpergewicht trainieren und dann vielleicht ein paar Konservendosen dazu nehmen und dann vielleicht Wasserflaschen und sich dann vielleicht mal Handeln kaufen, wenn man möchte. Aber es ist ganz viel möglich. Oder diese Bänder gibt es ja auch, mit denen man arbeiten kann. Also man kann ganz viel tun. Und wenn man zwei, ich würde sagen, idealerweise dreimal die Woche Krafttraining macht, ist das super gut. Und es muss auch nicht stundenlang sein. Wenn man weiß, was man tut, kann man das in einer halben Stunde erledigen. Also in einer halben Stunde sozusagen den ganzen Körper durch. Ja, genau. Und genau, bei dem Kurs, den du erwähnt hast, Kraft und Balance, von dir ist das eine Live-Veranstaltung oder sind das aufgezeichnete Videos, die ich sozusagen dann machen kann, wann ich will? Du kannst die machen, wann du willst. Genau, ich habe am Anfang das live gemacht. Das war aber schwierig, dass alle zur gleichen Zeit Zeit haben. Inzwischen habe ich einen Videokurs, wo du dir einfach die Videos dann spielen kannst. Du kannst auch die erste Hälfte morgens machen, die andere Hälfte abends, wenn du nicht so viel Zeit hast und so weiter. Und es ist ein Videokurs, wo du auch dann Schritt für Schritt lernen kannst. Wenn du mit irgendwelchen Übungen Probleme hast, sind da Videos, wo ich dir genau zeige, wie das geht. Und ich mache dann immer so Live-Runden, wo wir als Gruppe zusammenkommen und einmal die Woche in einem Zoom-Meeting Fragen stellen können, über gewisse Themen dann noch zusätzlich ein bisschen sprechen. Also ich bin ja auch Ernährungsberaterin, also bringe dann die Ernährung natürlich mit rein. Proteinaufnahme ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in den Wechseljahren, aber auch für die Muskulatur zum Beispiel, wo wir dann drüber sprechen, wo ich den Frauen helfe, zu schauen, wie ernähre ich mich am besten für Muskelaufbau, aber auch für meine Wechseljahre. Oder wir sprechen über alle möglichen Themen, die da zusammenhängen. Und das ist so, es ist also quasi ein aufgenommener Kurs, du kannst den auch einfach in Eigenregie durchführen und du kannst aber auch in den Live-Runden dann einmal die Woche in die Fragen- und Antwort-Sessions kommen. Und es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns gegenseitig motivieren, weil das ist ja auch was. Diese langfristige Motivation ist ja was, was schwierig zu halten ist für alle von uns. Und das ist ganz schön, wenn man dann einfach eine WhatsApp kriegt, wo eine sagt, ich habe heute jenes Training gemacht, das war total gut, macht ihr auch. Und dann kriegt man nach einer Weile immer mehr Nachrichten so von wegen, oh ja, ich mache jetzt auch. Also dieses gegenseitige Gruppengefühl ist auch was Schönes, um sich verantwortlich zu halten. Ja, das beobachte ich auch bei meinem, ich habe so einen Parodontitis-Kurs, ja, Parodontitis-Aktivprogramm und da geht es natürlich auch um ganzheitliche Themen. Und ja, du kannst das Ganze in Eigenregie machen oder mit jemandem Kontakt zu haben oder aber du kommst auch in die Live-Sessions jede Woche oder eben auch kannst dich mit anderen vernetzen in der WhatsApp-Gruppe, weil ja, wir ticken ja alle unterschiedlich. Also es gibt ja Menschen, die machen die Dinge einfach so für sich und haben auch die Disziplin, bringen diese Disziplin auf, wirklich zu sagen, okay, Montag, Mittwoch, Freitag von weiß ich nicht, acht bis neun ist meine Sportstunde, meine Me-Time. Ja, das ist vielleicht auch nochmal sowas. Ich glaube, da kannst du uns auch gleich nochmal etwas zum Mindset sagen, weil das ist ja jetzt keine, das sollte ja keine so eine Pflichtveranstaltung sein, dass man sich zwingt und jetzt muss ich das so machen, sondern es ist wirklich für mich selbst, es sollte oder es wäre schön, wenn ich das als meine Me-Time dann eben auch ansehen würde. Das hast du richtig schön gesagt. Das ist mein Ziel, dass ich den Frauen beibringe. Manchmal ist es am Anfang so, dass man sich ein bisschen zwingen muss und wenn man dann so reinkommt, dass man dann lernt, diese Me-Time bewusst wahrzunehmen und jetzt während dem Krafttraining einfach so ein bisschen auf sich selber zu hören und zu fühlen und das vorher und das nachher ein bisschen zelebriert, das ist wunderschön. Genauso ist auch Me-Time zum Beispiel, also was ich meinen Frauen immer, wozu ich immer motiviere, zusätzlich zum Krafttraining ist auch natürlich rausgehen, spazieren gehen, einfach sich bewegen und das als Me-Time wahrzunehmen ist was ganz, ganz Wichtiges und ist ein erster Schritt, auch dieses, was wir vorhin besprochen haben, vielleicht ein bisschen Space für dich selber zu nehmen und zu sagen, jetzt ist meine Zeit, jetzt schaue ich auf mich und fühle mal rein, wie es mir geht. Weil das tut ganz viel mit dir und deinem Stress und deinem, was will ich eigentlich und vielleicht mache ich ja doch Zeit zum Muskeltraining, weil mir das wichtig ist. Also das ist ein sehr schöner Ausdruck. Dieses Sport ist eigentlich oder Bewegung ist eigentlich was, was ich für mich tue und ist Me-Time und ist positiv besetzt im Endeffekt. Und da hinzukommen ist für manche Frauen schwer, für andere weniger schwer, aber das ist mein Ziel. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Proteinen, weil du bist ja auch Ernährungsberaterin. Also du hast ja unfassbar viele spannende Ausbildungen gemacht. Ja, das ist schön, das alles so zu integrieren, weil das ja in den Wechseln ja alles zusammenspielt und alles, was du irgendwo mal gelernt oder studiert hast, kann da sozusagen zusammenlaufen und angewendet werden. Aber mit den Proteinen, ja, habe ich noch so ein Thema, was ist richtig, welche soll ich nehmen, soll ich irgendwelche Pulver nehmen oder was redest du uns da? Ja, also das ist natürlich ein individuelles Thema, aber es gibt so ein paar Tendenzen, würde ich sagen. Also das erste Thema ist schon mal, ernährst du dich mit tierischen Proteinen oder bist du Vegetarierin oder vegan? Das ist natürlich unterschiedlich dann, wie einfach das ist mit der Proteinaufnahme. Aber auch vegan gibt es gute Proteine und man kann das auf jeden Fall hinkriegen, wenn man darauf achtet. Und Pulver ist was, ich habe ein paar, also ich habe lange gesucht und getestet und habe mir die ganzen Zutaten durchgeschaut und so weiter. Ich habe ein paar Pulver, die ich gerne benutze und gerne meinen Klientinnen empfehle, wenn die ein bisschen Probleme haben, auf eine gute Proteinquota zu kommen. Und das Thema ist noch dazu, also erstens, wir brauchen sowieso ganz, also wir brauchen gut Protein, weil Protein ist unser Baustoff. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass in den Wechseljahren wir einfach dieses Protein nicht mehr so gut vor Stoff wechseln. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr als vorher, weil wir das nicht mehr so effizient umsetzen können und diese in die Aminosäuren brechen und aufnehmen. Insofern ist Protein tatsächlich ein sehr wichtiges Thema und das ist für die Wechseljahre, aber auch für unser Alter quasi, ist Protein wirklich ein ganz wichtiger Baustoff. Ja, also ich habe, um deine direkte Frage zu beantworten, ja, ich arbeite mit Proteinpulvern, wenn Frauen das gerne möchten. Wenn sie das nicht möchten, finden wir auch so Lösungen. Das heißt aber halt, viele lösen Früchte zum Beispiel, wenn man kein Fleisch isst und lauter solche Geschichten. Ich habe einen Überblick, das könnte ich in meinen Storys posten, einen Überblick über gute Proteinquellen, wenn Frauen, die zuhören, das interessiert. Ja, das wäre gut. Den Link zu deinem Instagram-Kanal gebe ich ja sowieso in die Show Notes. Übrigens alles, was ihr wissen wollt über die Barbara oder zu der Barbara, zu den Kursen, das kommt alles in die Show Notes rein. Aber ja, das würde mich auch sehr, sehr interessieren, was du uns da empfiehlst. Welche Proteinquellen wären gute Proteinquellen, ja? Ja, und du hast so diese Pulver so ein bisschen zur Seite geschoben, aber wären Pulver schlechter als jetzt so natürliche Proteinquellen oder besser oder gleichwertig? Es ist einfacher mit Supplementierung, also Pulvern oder ich habe auch so Aminosäure-Kapselprodukte, die ich benutze oder Presslinge. Es ist einfacher damit auf deine Quote zu kommen und die sind dann auch einfach, die sind dann schon Aminosäuren runtergebrochen, einfacher zu verstoffwechseln. Insofern, ich würde jetzt nicht sagen besser oder schlechter, sondern ich würde sagen, Pulver sind eine gute Unterstützung. Und wenn man die richtigen Pulver benutzt, die nicht einen Haufen Quatsch drinnen haben, das ist natürlich das Problem. Es gibt ja heutzutage hunderttausende Pulver, die teilweise irgendwelche Zusatzstoffe und Füllstoffe haben und so. Und wenn man halt die richtigen Pulver auswählt, ist das durchaus sehr, sehr legitim und gut, positiv. Unterstützung ist, glaube ich, da das beste Wort, genauso wie bei Mikronährstoffen, bei Vitaminen. Ja, es ist ja nicht so, wenn ich Vitamin C nehme, dass ich nicht irgendwie eine Orange esse. Ganz genau. Dass ich dann stattdessen das Vitamin C nehme, sondern es ist einfach da eine Unterstützung, um eben da nicht nur ausreichend, sondern einfach optimal auch versorgt zu sein. Ganz genau. Also das Erste ist immer, die Ernährung sollte ausgeglichen sein und du solltest genug Protein in deiner Ernährung haben, weil das auch auf den Blutzucker zum Beispiel Auswirkungen hat. Wenn du Protein in deiner Mahlzeit hast, dann hält das deinen Blutzucker viel stabiler zum Beispiel und gesundes Fett. Also du hast genau, das ist die richtige Angehensweise. Ernährung first und dann kann man supplementieren, wenn man so ein bisschen unterstützen möchte. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, in der ersten Mahlzeit des Tages, also Frühstück, da ist es besonders wichtig, dass man da genügend Proteine zu sich nimmt. Siehst du das auch so? Und zweitens, was heißt genügend? Wie viel ist das denn? Das sind 20, 30 Gramm, also ist schon ordentlich. Ja, erste Mahlzeit einem Tag. Viele Frauen, Menschen an sich, essen morgens entweder gar nichts oder sehr kohlenhydratlastig oder trinken einfach Kaffee. Und das fängt deinen Tag schon mal stressig an. Und wenn du mit einem proteinreichen Frühstück deinen Tag beginnst, dann hast du schon mal eine gewisse Balance, was deinen Blutzucker wirft, was dann Auswirkungen auf deine Stimmung, auf deinen Hunger später, auf deine Hormonregulation hat. Insofern ja, die erste Mahlzeit des Tages, also das Frühstück, sollte proteinreich sein, um deinen Tag schon mal richtig anzufangen. Dann ist es auch viel einfacher, später im Tag gute Entscheidungen zu treffen, weil du nicht Blutzucker-Rollercoaster hast und dann totalen Heißhunger und dir dann denkst, ich weiß, ich wollte heute gesund essen, aber da ist jetzt ein Keks, den esse ich jetzt. Also nichts gegen Kekse, ab und zu kann man die durchaus essen, aber du hast, wenn du eine Substanz in dir hast und dein Blutzucker stabil ist, dann fängst du deinen Tag richtig an, um das so mal zu sagen. Und dann fühlst du dich besser, energiereicher, langfristig energiereicher und dann fällt dir auch alles andere dann am Tag viel einfacher, dich zu ernähren, Bewegung einzubauen und so weiter. Ja, diese 30 Gramm, die habe ich, da muss man sich mal so ausrechnen, wie viel das tatsächlich ist. Ja, ich habe mir mal mit meiner Tochter den Spaß gemacht und habe dann also geschaut, also wirklich abgewogen, okay, jetzt in diesem Müsli oder in diesem Joghurt, wenn wir dies und das nehmen, wie viel Eiweiß ist da, also auf 100 Gramm. Und dass man einfach, also ich denke, es macht Sinn, sich das einfach mal so abzuwiegen, erstmal zu gucken, was nehme ich sowieso schon auf, wie viel ist das. Und ich denke, dass die meisten von uns dann erschrecken, wie wenig das ist, ja, weil, also das, das ist ja nicht der ganze Becher Joghurt, also wenn es so ein großer ist oder so und dann sind da ja auch nicht diese 30 Gramm Eiweiß drin. Ja, und wenn du dir das einmal so abgewogen hast und dann schon mal so sozusagen mit einem Löffel oder irgendwie mit einem Glas oder wie auch immer diese Einheiten, diese Mengen dann hast, dann kann, da brauchst du ja nicht immer mit der Waage hantieren. Aber einmal mit der Waage mal kontrollieren, wie viel ist das denn eigentlich, ja, macht definitiv Sinn. Sehe ich ganz genau so. Also ich finde auch an sich so, wenn man jetzt nicht jemand ist, der mit Essstörungen und ähnlichem hadert, dann bin ich immer sehr vorsichtig mit sowas. Aber so dieses Ernährungstagebuch mal für ein paar Tage oder vielleicht eine Woche sogar führen, um zu schauen, was esse ich so den ganzen Tag? Und ja, mal so richtig schauen, wie viel Protein ist da eigentlich drin und wie kann ich das ein bisschen erhöhen? Da kannst du dir zum Beispiel dann dieses, was ich gerade erwähnt habe, diese Proteinquellenübersicht ausdrucken und dann kannst du schauen, wie viel von dem kann ich vielleicht in mein Müsli noch reintun. Vielleicht ein bisschen Nüsse und Samen oder ähnliches. Und wie komme ich dann auf eine gute Menge Protein? Und das ist wirklich am besten, wenn man das selber mal ausprobiert, weil dann lernt man das am allerbesten. Insofern bin ich da ganz bei dir. Was für ein spannendes Thema. Ich habe jetzt gerade geschaut, wir sind ja schon fast eine Stunde. Schon fast eine Stunde dabei, aber es ist mir jetzt so vorgekommen wie fünf Minuten gerade mal mit dir, weil es wirklich, ja, weil es mich ja auch persönlich betrifft, weil ich ja eben auch Frau bin. Und die meisten, die jetzt zuhören, sind eben auch Frauen. Und insofern also ein ganz entspanntes Thema. Ich denke, da lohnt es sich, mal den einen oder anderen Podcast von dir anzuhören. Ja, danke, sehr gerne. Das ist der Ziel von meinem Podcast, es Frauen zu helfen, kraftvoll und ausreichend durch die Wechseljahre zu kommen. Also Hallo Wechseljahre, super gerne anhören, ja. Sehr gut, sehr gut. Nun heißt ja dieser Podcast, hier deine Gesundheit machst du selbst. Wir haben zwar jetzt schon ganz viel gehört, was du anderen empfiehlst, aber was ist so vielleicht das eine oder vielleicht die ein, zwei, drei Dinge, die du immer tust, jeden Tag tust, wo wir uns noch ein bisschen was abgucken können? Hm, das sind einige Dinge, aber was ich total wichtig finde und wo ich sofort merke, wenn ich das nicht tue, das Erste ist, wenn ich morgens aufwache, mein Handy ist nicht in meinem Schlafzimmer und ich gehe nicht sofort ans Handy und lasse mich von außen mit irgendwas beeinflussen und fragen und so weiter, sondern ich bin erst mal bei mir. Ich habe so morgens heilige, manchmal sind es 15 Minuten, manchmal, wenn ich Zeit habe, ist es länger, wo ich erst mal bei mir bin, erst mal schaue, wie geht es mir, wofür bin ich dankbar, was mache ich heute und so weiter und ich gehe erst mal spazieren. Ich gehe erst mal 15 Minuten, 20 Minuten durch den Park hier und kriege Sonnenlicht in die Augen, was mit Stress und Melatonin, also mit Cortisol und Melatonin-Kurve total hilft, aber auch einfach Bewegung und frische Luft, total schön. Also so dieses Morgen ist, wenn es nur 15 Minuten sind, morgens so ein bisschen eine Morgenroutine für dich selber zu haben, finde ich enorm wichtig. Das Zweite ist das proteinreiche Frühstück, merke ich sofort, wenn ich das tue, also das war eine super Frage, das stimmt wirklich und was mir heilig ist. Und das Dritte ist Muskulatur, 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 also ich mache das inzwischen halt auch richtig gerne, weil ich das jetzt schon so, ich habe das auch, musste das auch erst mal lernen. Ich war mein ganzes Leben Läuferin und Ausdauersportlerin und das mache ich auch noch, aber jetzt habe ich eben dieses Muskeltraining als sehr starke Gewohnheit eingeführt und ich liebe es inzwischen. Also das, das würde ich sagen, sind die Hauptdinge. Wunderbar und man kann ja jederzeit anfangen, egal womit, du kannst einfach starten, wo du gerade bist und auf dem Level, auf dem du gerade bist, ob du früher Sport gemacht hast oder nicht, das ist vollkommen egal, sondern es kommt darauf an, was jetzt gerade ist. Ja, genau, liebe Barbara, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Bei dir ist jetzt früh morgens, bei uns ist jetzt schon ein guter Nachmittag. Ja, bei mir ist morgens, das stimmt. Genau, der Tag beginnt bei dir und vielen Dank und ja, wir werden dich im Auge behalten, sozusagen deinen Inhalten lauschen, weil sie einfach so spannend sind. Danke dir. Ich danke dir vielmals.